Hey, willkommen zu uns, da war's, da war's, Part 2, also dann schauen wir jetzt, schauen wir mal, wie ich jetzt vielleicht jetzt hier nie erfinden werde, Tommy ist ja auch schon erledigt, der war vermutlich auch hier. Ah, na, Pfeffel, Max. Vielleicht wäre Tommy auch, vielleicht wäre Tommy gefangen genommen, und wir retten ihn. Ich muss eigentlich eher, dass Tommy wieder tot sein wird, oder dass Tommy alle erledigt hat, was zumindest die meisten, also wieder vermutlich eher, dass es anders ist. Also, muss ich dir, schreibt es euch in den Kommentaren, bevor ich jetzt, bevor, äh, halt, bevor wir es jetzt herausfinden. Denn. Deine Begunge Hps! Sen, hast du es gerne telefoniere? Ok, lass dann improvementiere liquidat Gewanderin Definitiv nicht Tommi, wer zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Lecher Teufel habe ich nicht aufgehängt. Es ist gerade erst passiert. Meinst du sie sind noch hier? Ich hoffe nicht, aber halt die Augen offen. Wieder dieses Graffiti. Ich glaube jetzt ist Blut. Wer sind diese Leute? Aber wenn Tommi hier war und hier diese Leute aufgehängt hat, weißte Tommi passiert. Obwohl ich glaube jetzt haben wir schon gedacht, wer das Gewinn sein könnte, haben wir schon einen Trailer gesehen. Einen Trailer, wo Leute aufgehängt wurden. Los, mir nach. Ja. 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 Ja, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was wir alles tun, aber ich weiß nicht, dass hier irgendwo jemand ist. Wow, ich muss so viel gewähren, dass wir maximal eine Munition haben. Ich habe, dass wir bald eine Munition bekommen und dass wir bald auch ein Ding jetzt, ein Maschinengewehr bekommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt viel zu spät bekommen habe. Ich weiß nicht, was ich hier vor allem von anderen schon habe. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Okay. 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 So now, okay. Okay. also die zähre ich nichts mehr naja sieht so aus als wenn es dort wohl nichts mehr gäbe obwohl mich aber da kommen wir doch wohl nicht also ehrlich gesagt ich gebe es zu ich weiß nicht ja wo ich wieder an soll Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will nie erfinden. Nur, sei vorsichtig. Oh, ist das der Handgun? Eigentlich eine weitere Waffe. Ich würde sagen, da fehlt nur noch ein Waffenhalter für große Waffen. Aber nur zwei Schuss, da habe ich sicher Munition. Ich würde sagen, dass ich ein Waffenhalter für große Waffenhalter habe. Ich nehme es jetzt so. Kimi-Mira. Kimi-Mira. Echter Name Kimi-Mira Green. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Nachdem ihre Familie zu Hause an gierige Bauteil verloren hat, stieß der öffentliche Protest der jungen Wissenschaftlerin Kimi-Mira Green auf taube Ohren. Frustriert darüber machte sie ihre Forschung über Tierverhalten zu einem politischen Handlungsinstrument. Viele lange Nächte im Labor gipfelten in einem Gerät, das ihr ermöglicht, telepathisch mit Tieren zu kommunizieren. Heute, als Mitglied der Society of Champions führt Kimi-Mira ihre tierischen Erbindeten überall dorthin, wo in der Unruhen und Gier Menschen aus ihren Häusern vertreiben. Und wenn Bösewichte nicht auf sie hören wollen, überlässt sie ihren Tieren das Reden. Hätten also ich würd sagen mit Rieden meinen die wohl eher kämpfen. Also ich würd sagen mit Rieden meinen die wohl eher kämpfen. Also ich würd sagen die tierische Häusern prozess bedienen. Also ich würd sagen mit Rieden meinen die wohl eher kämpfen. Ja was ist das? War schon eine andere Gruppe von da her. Ah, Alk. Sorry that is. Ähm. Ui. Ein Vögel hat mir zugeswitchert, dass die Scars, die du an der Küste geschnappt hast, geregelt haben. Isaac, es soll ziemlich beeindruckt von dir sein. Ich weiß, du hast deine Zweifel. Als musst du alles geben. Zeig ihnen, dass die Aktion an der Küste keine einmalige Sache war. Da hast du auch so. Und überleg mal, wie wenige Leute eine solche Chance bekommen. Ich verstand auf dich, Dad. Okay. Vielleicht sind die Scars, die eine Gruppe, die unter die Leute aufgehängt hat. Wäre zumindest möglich, aber Chaos hat wirklich, äh. Wir sind nur eine reine Vermutung. Wir sind nur eine reine Vermutung. Das ist sie. Lea. Sicher? Ja. Shit. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Sie hat nichts dabei. Ich helfe ihm gegenüber. Ich helfe ihm. 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 Goodbye. Die hat ihn umgebracht. 3 erledigt ja 3 erledigt 6,4,2 bitte melden begleitet Einheit India zum TV Sender Scheiße Ja wir sollten hier weg bevor die Einheit noch hier ankommt und denken dass wir es waren Ja Sie ist tot Wie geht's dir? Ich ärgere mich wenn sie nicht mit dir reden konnten Ja Aber sie hat Joan nichts getan Es wäre doch falsch gewesen sie zum reden zu zwingen Sie ist hunderte Malen gereist zu mir sofort Shit Runter Das war ein verdammtes Gas Auswärmen Sie könnten das Gas im Gebäude sein Achtet aufeinander Kommen Sie herauf Einer muss zum Punktgerät und das melden sofort Von mir nach Was hast du vor? Pass auf Dort Ich hol sie runter Wir sichern zuerst das Gebäude Ich lasse sie nicht da hängen Was bringt es sie jetzt da runter zu holen? Los 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 Ein Scheissbarich! Oh, wasser? Oh, ah. Verstattet Scheiße! Paxi! Du, hast mich echt erwischt. Was? Die Kassel ist ehrlich. Noch jemand? Glaub nicht. Ich hör noch mehr. Hier lang. Los, komm! Los, komm! Los! Elia, schnell los! 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 Schlag! Los! 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 Ich dachte sie hätten uns. Ich weiß. Ein Clicker. Ich bin sicher, ich werde ja noch harmonisiert, frage ich mich. Dann noch mal. Also, was haben Sie? Sind Sie das Gas oder Einziehen? Nein! Schau! So haben Sie das! Gut aufpassen. Was soll das mit diesen Eindringlingen? Gerade haben Scars die ganze Einheit gelünscht. Wir sollten sie einfach den Infizierten überlassen. Nein, sie haben eingetündet. Dafür werden sie bezahlen. Sorden haben sie auch rumgebracht. Nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich weiß nicht, dass ich den Eindringen erwischt. Ich weiß nicht, der kommt auf dem water. Wow, Afton! Wir schnacken die, diese Arschlöcher! Es sind Kumpine! Die Einbringlinge sind auch hier! Das hier ist, das ist der Ende der Flügel! Also... ...so sind wir jetzt hier und dann zurückkehren müssen wir hier liegen. Let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die wusste die wusste haben wohl nicht von den scars unterworfen jetzt mal die scars werden wir auch treffen aber ja die wusste haben wohl die infizierten naja oder die haben vielleicht probleme mit scars ach du schande aber das klang nicht wie ein blotter was immer die bekämpfen wir sollten sie sich gegenseitig töten lassen oh ja ja ich kann sie sagen hoffentlich nicht ja ich will die probleme machen ich will so dass ich den toten klicker lieber mag das bekämpfen ich hoffe es wird kein problem sein ja ja wow wir haben ja wohl also ich werde schon hier auch die leute verbessern ja weißt du auch noch mal wir können sich die zert von dem hier von dem haben kann man konzentrieren also wir brauchen mehr teile dafür leider vielleicht finden wir hier noch mehr teile obwohl die hier ist ja nichts aus da drüben ist noch eine leiter ok wie kommen wir da hin das sollte gehen das sollte gehen die leiter ist kaputt verdammt die 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 här und jetzt gleich alles können Schämpler Ah, du Schande Ah, dein Schämpler Wohin hab ich noch nie gesehen Ich auch nicht Mal wieder wegen der Blow-Turner, super Ah, das Diener erachtest, dass wir ein Feind die oben versteckt hat Ja, das ist das Ja, das ist das Ja, es ist drin. Ja, es ist drin. Ja, es ist drin. Ich bin hier. Holy shit. Ja Christus! Vorsicht, Vorsicht! Oh fuck! Ich bin weg hier. Ich bin weg. 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 Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. gackten? Ach du? Ich kann es spielen. Ich kann esockieren. ich glaube ich wurde ja besser gepanzert hat noch mehr aus als langsam hatte ich schon dafür aber ich glaube das können wir schon so scheint da bekommen wird das neue infizierte her also ich will zugeben die blöde sind schlimmer die schmerz auf sich die stelle aber nicht zu über weniger bus version der blöde also schätze ich jetzt mal mal sehen wohin uns das führt lasst ihr zeit geschafft okay ich habe damit sie uns nicht mehr folgt was wir uns recht folgen kann sieht okay aus soweit ich das sehe schämler als wären die anderen nicht schlimm genug so ist wohl die natur ja dann ist die natur ein arschloch und er ist der tollen arschloch wow und er kommt bestimmt irgendwo durch sehr optimistisch ich weiß noch wo ali was Was ist das? 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 Welcher des Lichts und Menstruimetern? Oh nein... Was ist das? Das war's für dich. Das war's für mich. Ich hab dann Fittesch Okay 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 So dann Zeit für uns zu greifen Die Schabler haben wir schonmal erledigt, hätten wir schonmal etwas Gutes Okay Ich wäre dann soweit hier abzuhauen Ich auch Ah, der hatte schon einen Heizte von 4 Interessant Okay So 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 Okay. Also ich meine, die besten sollten sich ja alle Leute gegen die Effizienten zusammentun, aber leider sind die nicht so schlau. Jetzt wollen wir ja eigentlich dasselbe, aber da sind sie ja auch, da sind die Menschen ja auch teils, die haben gegeneinander beschäftigt. So. Da waren sie auch, die haben die, 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 die ist super. Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Also es war jetzt wohl überfühlen, weil sich die Jahre her die Effektion begonnen hat. Denn nachdem man, woher die Eiser gefangen hat, bin ich schon wieder übersprungen, bin ich viel ja übersprungen. Ich hab da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Dina? Ja. Na komm. Hey. Das Licht kommt leer. Hey. Ich helf dir da hoch. Ja. Du hast ja auch das. Na alt. Oh. Okay. Auf geht's. Also noch was. Du hast du schon geschafft. Ich versuche dich zu führen. Wie trước. Okay, dann. jetzt aber jetzt hochgehen sollen Fuck. Runter von mir. Da, Regina. Na? Ich bin nicht infiziert, ich bin immun, ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Kann ich sie weg? Los! Ich weiß sie jetzt, ich weiß so was ich wusste. Scheiße lass mich! Lauf Dina! Elli! Kannst du? Hat sie einen Clicker mit alle übersehen? Ja ok, jetzt weiß ich ja schon. Ja es... Und ich zieh weg. Los! Nein! Also war der Projekt in einen Infiziten eingelaufen? Alter, der kann ja auch was sehen. Und ich zieh weg. Los! Nein! Los! Lauf, Dina! Ellie, ich bin hier! Ich bleib nochmal weg! Ich bin hier! Wer wächst, kann mir verfliext sein? Hier, Lang! Schneu! Ja, was soll ich jetzt, als würde ich das so aufhalten. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Fast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Ja. 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 mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporn eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen, vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Oh, die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Mann, ich wusste es ja auch. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Weil die hat ja auf mich ehrlich zu viel Glück. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du es? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich... Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Würde ich aus. Nein, ich habe die Finden wieder sie zurückbringen müssen. Ich bin jetzt bei den oberen Etagen nach. Schwanger. Scheiße, Schwanger. Schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Ich weiß nicht, wenn ich es empfohlen sicher wäre, dann ja wohl nicht falsch oder so. Ich weiß nicht, dass ich hier wohl ja 1000 wäre, weil es tatsächlich von hier auf dem Markt geht, würde ich aber auch sein. Wir sehen hier im Programm, die eigentlich von uns sind, die dann gebissen haben. Von daher werden wir dann auch möglich. Ich weiß nicht, ob ich es glauben sollte. Ich weiß nicht, ob ich es glauben sollte. Shit. Willst du hier lieber? A shaft. A shaft. Was ist das? Was war das? Ich hoffe als Soldat wirst du besser als Elektriker. Okay. So. 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 also tja wenn wir sagen unter die etage noch die noch genau suchen ok auf jeden Fall raus also ich glaube ich habe kurz den Cut weil ich ja nicht weiß wie das Video wie das Video schon genau geht also ich würde mich sehr jetzt über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen also bitte noch ein Abo da lassen das kommt mir sehr gelegen also bis da heute ciao 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 ciao